Das ist Walter. Walter ist nicht von dieser Welt. Und der ist ein bisschen merkwürdig. Er ist ein Alien. Oder sie. Das weiß keiner. Aber er ist ein ganz lieber. Und dann gibt es auch noch die Lisa. Die ist acht Jahre alt, aber der geht es zur Zeit nicht so gut. Sie ist total unglücklich. Aber Walter ist da und hilft ihm. Ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte weitergeht, dann könnt ihr ab 8. März in Stadtteater Klagenfurt kommen. Zu unserem Stück mein ziemlich seltsamer Freund Walter. Von Sibylle Berg. Für junge Menschen ab 8. Tschüss!